Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld und zum ersten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass ihr hier heute mit mir dabei seid und ja doch trotz der besinnlichen Zeit Lust habt, ein Video zu schauen. Wir haben in der letzten Folge den Kollegen Grill rekrutiert, der war hier der Beta-Tester unseres Gefängnisses und dem werden wir jetzt erstmal einen neuen Namen geben und da gehen wir mal direkt drauf und ich linse mal eben rüber zu meiner Liste. Gut und dann haben wir hier den nächsten Namen in unserer kleinen aber feinen Kolonie und zwar den Ascarium. Herzlich willkommen. So, seine Bezeichnung ist Cloned Farmer. Sehr schön. Hätten wir das erledigt. Ja, der Kurzschluss, ganz blöd, muss ja auch mal wieder sein. Ich denke mal, dann ist eine der Reihenbatterien jetzt leer. Jawohl. Ich lasse die trotzdem vom Netz, weil die laden gerade wieder auf und sollte sich jetzt doch noch aus irgendeinem Grund einen Engpass ergeben. Sieht aber nicht danach aus. Dann können wir immer noch die andere wieder einschalten. Aber so ist erstmal gut. Okay, ich sehe gerade, das ist nicht schlecht, wenn man die Kabel sichtbar hat, so wie wir. Normalerweise verstecke ich sie ja mit der unsichtbare Kabel-Mod. Aber wenn man sie sichtbar hat, dann ist, wenn der Schalter an ist, hier das Kabel auch, geht es durch und wenn der Schalter aus ist, ist tatsächlich gar keine Verbindung da. Ist auch schön angezeigt. So. Was müssen wir denn sonst noch unbedingt tun? Wie voll sind eigentlich unsere Tower? Die gehen ja. Schaffen es doch noch fast komplett voll zu werden. Trotz immer höherem Verbrauch. Ich glaube aber wohl... Ne, das stimmt eigentlich nicht. Der Verbrauch wird nicht höher. Wenn mal so ein Kolonist dazukommt und der duscht jetzt auch täglich, dann ist das aber auch nicht die Welt. Was jetzt viel verbrauchen würde, wäre zum Beispiel noch ein weiteres Feld. Das ist dann mit Sicherheit eine ganz andere Nummer. Aber sonst müsste der Wasserverbrauch relativ konstant sein. Ich würde trotzdem gerne mal in die Hygienemod gucken, ob wir irgendwas... Was ist das denn? Das ist ja total super. Ah, mit einer Lampe drin sogar. Ah, da würde ich am liebsten einen von bauen. Das ist ein Dach, hier so ein Ventilator vom Dach. Und der kühlt einen Raum, in dem er die Luft zirkuliert. Naja, ein Ventilator kühlt den Raum nicht wirklich. Das denkt man nur. Weil sich die Luft schneller bewegt. Aber total cool, dass eine Lampe mit drin ist. Ob der sich dann auch wohl wirklich mit dreht? Ja, das probiere ich jetzt aber aus. Einfach nur mal gucken. Das würde ich einfach gerne sehen. Ah, okay. Also man sieht das Licht, man sieht aber leider nicht den Ventilator, nur den Schatten davon. Aber finde ich eigentlich eine coole Sache. 50 Watt braucht der, um Gottes Willen. Also den reißen wir auf jeden Fall wieder ab. War nur mal so zum testen. Und ja, wir wollen aber die Räume auch noch kühlen. Wir haben sie ja bisher nur geheizt. Hier über die Heizungen. Inzwischen sind wir ja hingegangen und haben diese auch auf den Flur gebracht. Und eine Überlegung war ja jetzt, dass man hier halt überall Lüftungsschächte macht. So wie das ja hier sowieso schon eigentlich ist. Zumindest von Raum zu Raum. Ich bin am überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Ich glaube, ich mache es mal nicht. Ich finde, jeder Raum sollte ruhig seine eigene Heizung haben. Und wir haben auch ein bisschen Holz jetzt. Bevor wir jetzt die Kühlung überall machen, weil es gerade nicht so notwendig. Wir haben es draußen minus 16 Grad. Bevor wir also die Kühlung machen, würde ich jetzt tatsächlich die Räume mal in ihre finale Ausstattung bringen. Denn wir haben ja gesagt, das ist noch nicht alles. Wir wollen weitere Möbel drin haben. Jetzt muss ich mal schauen. Die königlichen Nachttische werde ich nicht bauen. Also dafür schon mal Entschuldigung. Aber so viel Gold wollte ich mir nicht kaufen. Also ich schließe nicht aus, dass wenn wir irgendwann noch mal Gold finden, dass wir das ändern. Verzeihung. Aber im Moment machen wir das nicht. Was wir aber haben wollten, ist ein Tisch. Und zwar muss das natürlich ein Doppeltisch sein. So in der Form. Damit da auch, wenn zwei Leute in dem Zimmer leben, auch zwei Leute theoretisch dran essen könnten. Jetzt kostet ein Tisch 28 Holz. Das ist ein bisschen, ist nicht so viel. Das können wir uns ganz gut leisten. Darum machen wir das jetzt mal. Na, äh. Ausgärtet beim Brett letzten noch verrutscht. So, das sind dann alle Zimmer. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Zimmer gebrauchen. Das wird ein bisschen knapp gerade. Das sind alle belegt. Wo schläft denn Ascarium jetzt? Oh, oh, oh. Äh, wir haben, oh, wir haben kein Bett für Ascarium. Doch, da, da. Okay. Na, dann ist ja gut. So, die Tische sind da. Und da gibt es natürlich auch Stühle zu. In dem Fall würde ich sogar die etwas schöneren oder, ja, wertigeren Stühle hier aus der Mod bauen. So. Ein verrücktes Tier. Eine Rentierkuh. Kurz gucken, ob jemand draußen ist. Sieht momentan nicht so aus. Ich schätze, dass das Geschütz sich kümmern wird. Aha. Ne. Wird es natürlich nicht, weil eine Sonneneruption gerade am Start ist. Na, wunderbar. Dann müssen wir mal eben ein paar Leute rekrutieren. So. Und dann wird zu Weihnachten nochmal ein Rentier geschossen. Sachen gibt's. Ja, natürlich haben wir eine Sonneneruption. Äh, ein Großhändler ist da. Den können wir gerade nicht anfunken, weil das Funkgerät jetzt auch nicht in Betrieb ist. Und das Holz ist jetzt auch aus. Sonst hätte ich den Großhändler nämlich tatsächlich angefunkt. Um eben mal die Holzvorräte zu kaufen. Wie sieht's denn hier gerade aus? 75%. 75%. 74%. 71%. Naja, dauert noch ein bisschen, bis wir hier wieder die nächste Ernte haben. Es wäre natürlich möglich, diesen Bereich auch noch zu wässern. Allerdings würde das relativ viele Sprinkler kosten. Wobei stimmt ja eigentlich nicht, ne? Ja, das ist ja auch schon. Ah, nee, nicht den Baum fällen. Ach, für die Rohre dann? Nee. Nee, dann nicht. Dann lass sein. Dann will ich das nicht. Das ist Blödsinn dann. Lass mal sein. Halt, hör auf. Lass den Baum stehen. Ich denke mal, jetzt wo wir wieder Strom haben, kontaktieren wir einfach den Großhändler, der schon weg ist. Okay. Dann eben nicht. Da machen wir es anders. Wir rufen mal Rajaya an. Der nächste Großhändler kommt zwar bestimmt, aber wir fordern mal eine Karawane an. Und zwar eine Handelskarawane, einen Großhändler, bitteschön. Und dann trennen wir die Verbindung. Und halt, stopp. Wir rufen natürlich auch noch die Miyabu vom Steilang an. Das sind ja die zweiten Leute. Und da fordern wir auch eine Handelskarawane an. Und auch einen Großhändler. Okay. So, dann kommen wahrscheinlich relativ zeitgleich zwei Karawane. Aber das ist okay. So, wir schauen mal kurz in die Forschung. Wir haben ja da einiges momentan drin. Einmal die Herstellung und danach eben die Bionics. Die will ich unbedingt haben. Wir bauen mal einen zweiten Tisch hier. Zehn Bauteile. Aber dann kann sich hier noch jemand hinsetzen. Denn wir haben ja noch ein, zwei Kandidaten, die durchaus forschen können. Da hätten wir hier einmal halt eben Düna, Goli, Doodlecake oder Ascarium. Die wollen alle und können alle. Und wer sind wir dann zu sagen, nö, mach's da aber nicht. Ne, die dürfen gerne mitforschen. So, da ist das Ding schon fertig. Und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir das Forschen bei einem von den Leuten noch ein bisschen wichtiger. So, dass auch was passiert. Aber haben wir erstmal so einen Blick drauf. Vielleicht geht's auch ohne. Was wir jetzt noch bauen müssen, ist noch ein bisschen Lampen. Weil dieser Raum insgesamt ein bisschen dunkel ist. Händler exotischer Güter. Ja, den rufen wir mal eben an. Keldor ist noch wach. Vielleicht kriegen wir ja jetzt einen KI-Kern. Ne, ist auch nicht dabei. Naja, okay, passt auf. Das mit dem KI-Kern, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine Mod nicht aktiv habe in diesem Durchgang, die ich sonst immer aktiv habe. Und das ist die... Oh, unser Silber liegt... Äh, ja. Ich hab vergessen, hier ein Funkfeuer reinzubauen. So, was wollte ich sagen? Normalerweise ist eine Mod aktiv, damit man diese KI-Kerne kaufen kann, die man nämlich im Moment nur noch von Quests oder so bekommt. Oder indem man diese Karawanen auftreten hat. Ich weiß es nicht genau. Früher hat man die auch aus diesen herunterfallenden Psychoschiffen bekommen. Da spreche ich auch gerade was an. Wir hatten noch kein einziges Psychoschiff. Das ist ja auch witzig. Da haben wir normalerweise auch mehr von. Naja, okay, kommt vielleicht noch. Ja, auf jeden Fall habe ich eben keine Lust auf diese Karawanen-Dinger und deswegen muss ich mir die Dinger halt eben auf diese Mod-weise holen, dass die, so wie früher in einer der früheren Versionen von RimWorld, noch weiterhin handelbar sind über einen Händel exotischer Güter. Aber da diese Mod offensichtlich im Moment nicht aktiv ist, muss ich das nochmal... Muss ich da nochmal gucken und die... Ach, äh, vielleicht sollte ich auch auf das richtige X drücken. Muss ich da nochmal nachgucken und die Mod nachträglich einfügen. Das werde ich wohl machen. Und, ja, wisst ihr also schon mal Bescheid. Das kommt. Und dann bauen wir nochmal ein bisschen Kartoffeln ab. Für mehr Vielfalt, weil nur Mais ist auch ein bisschen wenig. Die Kartoffeln gehen langsam aus. Die Felder sind jetzt beide umgestellt. Baumwolle haben wir mit fast 4000 inzwischen auch genug. Ja, da würde ich, glaube ich, gerne nochmal ein bisschen was an der... an den Fliesen hier ändern, weil das ist mir ein bisschen zu... zu grau. Habe ich ja schon öfter mal gesagt. Ich bin froh, dass wir inzwischen auch ein paar Holzböden haben. Aber da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Insbesondere hier in diesem Bereich. Das ist mir doch wirklich ein bisschen viel grau. Und das sieht so schön aus, wenn man hier Sandstein und Granit nimmt. Schiefer ist, noch ein bisschen dunkler. Das hat dann einfach... Ja, hat dann einfach was. Ist einfach so. Von daher werden wir... einfach mal ganz frech... hier in den Gefängnistrakt... diese Dinger hier legen. Und das Heringsmuster ist so ein bisschen... weiß auch nicht. Lieber das hier, das passt besser. Und wir nehmen Sandstein, weil wir da so viel von haben. Und das lege ich jetzt hier komplett rein. Einfach um mal was anderes zu haben. Und wir kriegen den Marmor ja auch in Teilen wieder hier. So, Händler exotischer Güter. Die Herstellung ist fertig. Und das Handelsschiff... Und das Handelsschiff... Ach, Verzeihung. Frosch im Hals. Funken wir auf jeden Fall an. Ich glaube aber nicht, dass wir da jetzt plötzlich den KI-Camp bekommen. Wie gesagt, das ist halt die Mod. Aber wir kaufen natürlich weiter die Bauteile. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch unser Funkfeuer drin, sodass wir das hier auch bezahlen können. Ja, hier, dieses Funkfeuer ist natürlich auch noch fertig geworden. Kuzia hat eine Prügelei mit Harlekin angefangen. Na, wunderbar. So. Jetzt gucken wir uns die beiden mal kurz an. Kuzia... Nee, Harlekin sieht gut aus. Ein bisschen Prellung. Kuzia sieht auch gut aus. Moment mal. So, Harlekin sieht gut aus. Kuzia sieht auch gut aus. Wir haben aber beide Blutungen. Von daher müssen beide jetzt auch auf die Krankenstation. Und hier ist es ganz schön düster in diesem Bereich, sehe ich gerade. Hier brauchen wir auch noch mehr Lampen. Oder überhaupt mal Lampen. Hier sind gar keine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist es auch noch dunkel. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, hier ist jetzt blöd, ne, mit der Lampe. Da müssen wir gleich gucken, dass die an den anderen Strang drankommt. Das heißt, die Leitung hier. Die ziehen wir jetzt hier nochmal rum. Ja, dann kommt hier ein Boden rein, der nicht grau ist. Und das sieht dann auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen wärmer auch aus. Ein bisschen freundlicher. Farbfroh. Jetzt gucken wir mal eben. Wir haben ja die Herstellung fertig. So, ich hab die nochmal gebettet. Okay, es wird sich um beide gekümmert. Und wir werden den Krankentrakt zumachen. Das gefällt mir nicht, dass hier offen ist. Sieht so nach einer Weile doch nicht mehr so toll aus. So, und da sind jetzt die Händler, die wir angefordert haben. Das heißt, einen Moment bitte. So, das werde ich hinterher definitiv rausmuten. Und, ähm, da werdet ihr nichts von mitbekommen. Ich, ähm, ich werde nichts sagen. Ähm, Keldor. Erstmal gucken, wo die Karawanden kommen. Da kommt die eine. Und es ruckelt sich über die Karte. Die zweite Karawane kommt aus dieser Richtung. Okay. Der Karawandenhandelsplatz ist hier. Ja, schön beim Geschütz. Und ich würde sagen, wir nehmen mal hier... Die ersten, das ist Rajaya. Und dann fangen wir mal an, indem wir die Bauteile hier kaufen. Und das Holz. Oh, die haben kein Holz dabei. Das ist ja schade. Aber wir können endlich dieses Fuchspelz-Ding verkaufen. Was sonst noch irgendwas? Ja, hier so eine Ledermelone brauchen wir auch nicht. Und, äh, ja. Immerhin Bauteile. Immerhin. Und dann sprechen wir mit denen. Und bei denen kaufen wir ebenfalls die Bauteile, wenn ich sie dann finde. Oh, die haben gar keine. Das ist ja interessant. Ah, wisst ihr warum? Das ist der Stamm. Der Stamm bringt das dann tatsächlich auch nicht mit. Aber die bringen immerhin ein bisschen Holz, Moment. Wenn es auch wenig ist. Und überhaupt, wo liegt es denn jetzt? Das Holz. Ist es schon reingetragen worden? Ja, muss, weil wir mehr als 25 haben. Aber wir haben doch jetzt irgendwie 200 gekauft oder so. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, nochmal. Miabro vom Steilhang. Holz. Es ist wahrscheinlich direkt zu den Baustellen gebracht worden hier. Weil natürlich die vielen Stühle noch nicht fertig sind. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Ja gut, aber wir haben wieder 175 Bauteile. Das ist auch schön. Und jetzt können wir dann nochmal bei der Produktion nachsehen. Denn da könnten wir jetzt den Arbeitstisch herstellen. Dafür brauchen wir Hightech-Bauteile. Na wunderbar. Ja, warte mal. Moment mal. Haha. Wenn wir dafür Hightech-Bauteile brauchen, dann müssen wir die erstmal herstellen. Wo stellen wir denn Hightech-Bauteile her? Werden die hier an der Mechanik-Werkbank hergestellt? Auf den ersten Blick nein. Na, bei der Schmiede ja wohl nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Also werden die Hightech-Bauteile nicht hier am Arbeitstisch hergestellt? Müssen wir also auf jeden Fall zwei kaufen vorher? Ja, ist das so oder vertue ich mich? Oder übersehe ich etwas? Huh. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Und das wusste ich auch nicht. Da bin ich jetzt völlig unsicher, was ich machen soll. Dieser Tisch ist ein bisschen groß. Den können wir eigentlich versuchen hier noch. Da könnten wir noch hinstellen. Oder wir räumen hier noch ein bisschen auf. Oder wir räumen hier weiter. Blockierte Ablauf, ja, das ist nicht so wichtig. Dann spreche ich nochmal kurz mit diesen beiden Fraktionen hier. Weil ich weiß, dass einer davon auch ein hochwertiges Bauteil bei hatte. Hier, Rajaya. Dann kaufe ich mal das erste und jetzt gucken wir vorsichtshalber auch nochmal bei den anderen hier, bei Miyabo, aber die hatten ja nicht mal normale Bauteile. Und ein Hightech-Laborteil haben die auch gar nicht dabei. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir das nochmal irgendwie von einem Handelsschiff kriegen. Ist denn gerade eins da? Ne, nicht wirklich. Okay. Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir das so hinkriegen. Aber das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Also, nochmal vielen Dank, dass ihr hier am ersten Adventsfeiertag Zeit für mich hattet. Ich freue mich, euch das ganze Jahr über unterhalten zu können und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage und natürlich auch einen guten Wechsel ins neue Jahr. Bis dahin. Alles Gute, euer Doc. Ciao.